Das Sat.1 TV-Event. Nimm, Stonny! Ich brauche dringend deinen Rat. Er wird für den Bundestag kandidiert. Du willst hier rein! Frau Bundeskanzlerin? Da kannst du mir irgendeinen schicken, der bei drei nicht auf den Bäumen ist. So warm wie Gott, mein Helfer. Mein Minister. Das ist der coolste Posten. Wenn ich schon keine Ahnung von Wirtschaft habe, dann sollte ich wenigstens gut dabei aussehen. Sonnenbrille, Splitterschutzweste, Desert Boots. Let go. Jeder dritte Deutsche würde gerne mit ihm in Roma fahren. Jeder fünfte würde ihm einen Gebrauchtwagen abkaufen. Ist doch toll, dass wir zwei so erfolgreiche Schatzis haben. Es gibt Dinge, von denen wollen die Menschen wirklich nicht wissen, wie sie gemacht werden. Gesetze und Kriege. Krieg, Krieg, Krieg. Und Wurst. Der Vorwurf, meine Tochter aber sei ein Plagiat, ist absurd, absurd, absurd. Da lasse ich mir meine Meinung auch nicht verbieten. Der Minister am 12. März um 20.15 Uhr in Sat.1.